Okay, ähm, das ist ernsthaft neu? Und seit wann kann ich denn bitte... Hä? Hä? Ich dachte, welche Ewigkeit? Held verbannen. Keine Ahnung. Ich, ich... Hä? Bin ich hier in einem besonderen Match oder so? Ich mein... Echt cool, also die Grafik... Morales haben sie verbannt. Okay. Ich wollte Troll sein. Das habe ich aber schon... Oh, wird mit Skin angezeigt. Sehr interessant. Ähm... Ich... Glory to the Horde! Also, ähm... Grafisch, wie man hier sieht, jetzt noch nicht so optimal, aber... Ähm... 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 Äh... Es ist cool. Merkwürdig nur, dass man jetzt hier noch... Äh... Leute... Verbannen muss. Ähm... Okay, ich... Wusste jetzt nicht, dass es sich so geändert hat. Ähm... Wusste jetzt nicht, dass es sich so geändert hat. Ähm... Muss wohl mit den... Mit... Unter anderem diesem... Neuen Helden gekommen sein. Dass das hier irgendwie... Ähm... Ähm... Öffentlichungsdatum. So, ja... DHK... Und Xul. Die beiden sind ja wohl die neuesten. Okay, jetzt wird das nochmal vorher... Die schwarze... Wird das nochmal... Exquizit... Benannt. Ahol... Den haben wir schon wieder. Äh... Held verbannen. Äh... Gegen den will ich nicht spielen. Pff... Ja... So, kann ich jetzt da... Schön. Äh... Das ist ja fast schon kompliziert, was man hier abziehen muss. Warum bannen die eigentlich Morales? Und bannen die das nur für uns, oder? Äh... Bannen... Oder fürs ganze Spiel. Das wäre natürlich echt... Wenn du als erstes natürlich immer Illidan blockst... Ist natürlich... Äh... Ne, ähm... Morales blockst... Hast du keinen richtigen... Guten Heiler dabei, also... Ähm... Hm... Tja... Wieso bin ich eigentlich schon wieder King in der Runde? Ach Gott... Jetzt muss ich gleich wahrscheinlich wieder einen bannen... Hm... Boah... Jetzt muss ich gleich wahrscheinlich wieder einen bannen... Da darf ich mir dann auch wieder was aussuchen... Ähm... Silvanas find... Okay... Banne einen Helden... Okay... Ähm... Boah... Im Ernst... Keine Ahnung... Verbanne ich mal den Neuen... Wieso auch nicht? Dann kann der mir diese Runde schon mal nicht auf den Keks gehen... Weil der ist so... Mit seiner komischen Eingrab... Attacke... Die habe ich schon mal gesehen... Ähm... Irgendwie auf Twitch... Äh... Auf Twitter... Nicht auf... Nicht auf Twitch... Auf Twitter... Ähm... Ja... Das ist ja echt übel... Das mit diesem... Äh... Wegbannen... Oder so... Das ist irgendwie... Hm... Hm... Irgendwie gefällt mir das nicht ganz so gut... Hm... Ohne Bannen war es interessanter... Ich weiß jetzt nicht, ob das hier... Ein Sondermodus ist oder sowas... Ich... Hm... 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 Tja... Vielleicht haben sie ja grafisch... Im Spiel auch noch was geändert... Das weiß ich natürlich nicht... Jetzt gerade mal gucken... Wo bin ich denn? Ähm... Ne... Ich bin... Vom Level her nicht der Anführer der Runde... Das wäre... Demo... Demox... Roche... Mit Level 34... Ähm... Tja... Woher kommt denn die Fahne jetzt hier... Hier... Äh... Links bei Formstedt... Das würde mich jetzt mal interessieren... Irgendwo habe ich da doch was verpasst... Hä... Oh Gott, bin ich müde... Und fertig bin ich... Oh... Vor allem juckt mein Arm die ganze Zeit... Das ist echt nervig... Ich... Weiß nicht, woher das kommt... Anscheinend... Ich weiß nicht, ob ich... Ob ich da gestochen worden bin... Oder so... Keine Ahnung... Ähm... Ach... Was soll's... Jetzt erstmal konzentrieren... Äh... Könnte schwer werden heute... Na gut... Dann wollen wir doch mal sehen... Was ich... So auf die Reihe bekomme... Ähm... Achso... Achso... Stimmt... Da war ja was... Ähm... Oh... Ich bin unten rumgelaufen... Das ist natürlich sehr interessant... Jetzt habe ich natürlich gerade... Eher keinen Plan... Was hier läuft... Hm... Stimmt... Da war ja was... Dass der Wolf dann irgendwann aufgibt... Wenn er einen Helden trifft... Okay... Ich bin gerade... Ich müsste nochmal... Ich müsste nochmal... Checken... Wie das jetzt ist... Mit... Ähm... Mit dem Hammer... Mit dem Wolf... Das weiß ich... Der fügt allem Schaden zu... Was da so im Weg ist... Der Hammer... Das weiß ich jetzt allerdings noch nicht... Ah... War das nicht geschwind... Ah... Das war dieser Angriff... Genau... Genau... Oh Gott... Aus der Übung ist auch noch... Ähm... Ah... Ah... Jetzt zahle mich... Oh... 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 2,1 Sekunden... Oh... Da haben sie aber... Ganz schön auf mich eingehämmert... Wow... Also diese Statistik... Finde ich doch jetzt mal echt... Aussagekräftig... Also da kann man wirklich mal nachgehen... Ähm... Jetzt muss ich mich erstmal an dieses System gewöhnen... Ich kenn das schon... Dass man Helden bannt und so weiter... Aber das hab ich bis jetzt nur in... Äh... Wie soll ich sagen... In... In Ligaspielen oder so gesehen... Dass man da Helden... Verbannen kann und sowas... Also... Das ist für mich jetzt... Bisschen... Äh... Verwirrend... Könnt ihr mir glauben... Äh... Das ist wirklich... Verwirrend... So... Jetzt muss ich nochmal abhauen... Das ist schön... Dass ich da raus bin... Hm... Und... Abgang... Ich hoffe... Ich schaff das noch... Oh... Okay... Sehr schön... Ähm... Mehr Gegner... Auf jeden Fall... Und raus hier... Wow... Was macht der denn? Oh... Das... Das war... Eine falsche Entscheidung... Definitiv... Okay... Betäubt... Ist jetzt nicht unbedingt... Das Problem... Okay... Also... Das ist jetzt echt... Was macht der denn... Wahnsinn... Schönen... ... 30... Würde ich jetzt nicht zwingend sagen... Aber... Einfach ist es auch nicht... Hä... Hm, sagst du mir doch, dass der da rausgeht. 100%? Ja. Ach, der hat den letzten Schlag gemacht. Und der hat mir am meisten Schaden zugefügt. Da gibt's auch noch... Ah. Ah. Ah, ha, 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 ha. Ist das allgemein der nächste Schaden? Das könnte natürlich auch sein. Weiß ich natürlich nicht. Hm. Gut, die ist da. Alles klar. Okay, ist ja gut. Ich bin ja schon am Ende weg. So, wir sind draufgehalten. Ich bin ja schon. Das hat mich da irgendwie erwischt. Das ist ja nicht gut. Hm, Gabu. Ja, komm schon. , blöken, blöken. Warte 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 Na warte Ah, ich kann schon mit. So. Okay. 24. Hm. Okay. Das ist jetzt nicht... Ah, man, jetzt müsste ich eigentlich mal hier... ein bisschen seine Geschwindigkeit raushauen. Ich hoffe mal, die anderen geben mir jetzt ein bisschen Deckung, damit ich die 5 abgeben kann. Hm. War einfach auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir 5 abgegeben. Wieder da hin, okay. Alles klar. Dann jag ich hier mal einen Wolf durch. Einmal diagonal, so schön. Das kann auch nicht schaden. Dann... jetzt hier hoch. Ah. Was ist jetzt mal damit? Momentan haben wir ja eher Probleme mit Gruppen von Feinden. Ähm. Das sollte ich dann wohl hier mal... Ah. Schön. Wir haben endlich mal... ...die Salve. Ja. 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 Wer ist denn? FFS. Ja. Schreiben kann er auch nicht gerade aus. Naja. Ist ja ja Legastheniker, wer weiß. Ähm. Zehn Sekunden lang Verlangsamung. Was geht wirklich? Hm. Haben sie sich auch was abgeguckt? Hm. Cool. Ah... Da hat er wohl nicht getroffen. Äh... Okay, ich muss das. Oh, warum hab ich mich da denn gehypt? Hm. Verdammt, ich muss unbedingt mal hier wieder mich voll aufladen mit allem. Sonst wird das nichts. Wie eine Sache, okay. Hm. So, was haben wir denn hier? Ja, ich denke, man hat ja Angriff, wenn ich glaubst du einen Stapel von Osterberg haben. Hm. Oh, wohl. Wenn ich die nur mal alle zusammen erwischen würde, dann könnte ich die irgendwo... Schon gut. Ich schätze gut. Ich hab keinen Dukaten abbekommen. Wir haben ja auch ein bisschen viel. Mal sehen, ob sie da sind. Oder herkommen. Wer weiß, mal sehen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich... Oh. Was? Okay. Äh, ist das kompliziert, wenn man dann über Dings geht? Ähm... War natürlich jetzt, ähm... Ich bin nicht, dass ich da reingeraten bin. Warte mal, wo ist meine Statistik hin? Ah, okay. Hm. Ja, die zwei haben mich eh immer erwischt. Tja, Gift. So ein Mist. Hm. Okay, geile, gute Runde. Zu Beginn. Ah, okay. Ah, ich bin schon wieder erwischt. Okay. 2,8 Sekunden. 1.682 Schaden. Ja. Das ist dann was für die Analytiker, die dann ihre Fehler analysieren wollen. Ich bin natürlich wieder mal viel zu weit nach vorne gestürmt. Das muss ich ehrlich zugeben. Hey, Karrus! Du hast gerade verloren. Da bin ich einfach... Schau, leid! Sie attacken deinen Körper! Was gut ist ein Pirate, ohne ein kleines Schaden? Die werden sich jetzt die Dukaten schnappen. Und mit den Dukaten... ...werden die... ...uns versuchen zu zerbomben. Das Problem ist, wenn ich jetzt alleine da hingehe... ...habe ich gelost. Schönerweise bin ich nicht alleine. Na also, es geht doch. Es geht doch. Äh... ...zusätzliche Aufladung. Da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Die brauche ich momentan. So, wo sind die Karten dran? Karten sammeln. Komm schon. Ja, verdammt nochmal. Wir haben's doch. Wir haben's doch. Drei Stück retten uns jetzt ein wenig über den Tag. Zumindest... Was ist das denn? Okay. Okay. Na. Weil... Ja, bin ich ja voll in die Vorderge laufen. Der Nächste. Ah. Ärgerlich. 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 Na. Ich glaube, jetzt sind wir... ...geliefert. Oh mein Gott, der ist wiederum... ...Trell... ...Warte. Der Schlechter ist am... ...meisten gestorben von uns. ...und beschwert sich über andere. Ich mein, klar. Es... ...es hängt auch... ...oft damit zusammen... ...wie die anderen spielen, aber... ...das ist einfach... ...ääh... ...sich so dermaßen zu beschweren... ...obwohl man selbst viermal mehr gestorben ist... ...als... ...die anderen. Oh, oh. Ich kann hier erst mal ein Ulti setzen, wenn ich... ...Blück habe. Ja, das reicht mir jetzt. Ja, das ist mir echt. Äh... ...einiglich mehrmals... ...melden, aber... ...naja, gut. Tja, nicht so toll gewesen. Definitiv nicht so toll gewesen. Das heißt, ich steige ab. Na, nicht ganz. 100 Punkte verloren. Ist jetzt nicht so tragisch... ...aber... ...es hätte besser laufen können. Naja, von daher... ...äähm... ...so. Gut. ...bleibt es bei 40 Siegen... ...bei 108 Spielen. Hehehehe. Und ähm... ...naja, gut. Immerhin habe ich hiervon... ...bei allen drei, was gerade gemacht... ...nächstes Mal... ...noch mal Trell... ...und dann... ...ääh... ...nur noch ein Assassine... ...da werde ich mir einen anderen suchen... ...denke ich mir mal. Mal sehen. Also... ...ääh... ...bis zur nächsten Folge. Also...